Ich sitze hier bei Casale Antonietta. Ich habe einen wunderschönen Abend hier mit internationalen Gästen und mit dem Chef, Salute, Marco, und mit dem Entertainer, Salvatore. Wir sind eine Woche hier und leider geht die Zeit schon zu Ende. Ich wäre gerne noch hier geblieben, aber Flieger geht. Und ich wünsche noch allen Gästen, mit denen ich hier sitze, einen schönen Abend und Fatschugatz. Wir sind aus Australien. Wir sind alle auf dem Bickel. Wir sind hier mit der internationalen Gästen. Es ist ein schönes Ort. Wir haben keine Barbequen, aber die Pizza ist alles gut. Die Food ist top-notch. Danke, Marco. Danke für alle, für eine gute Nacht mit uns. Fachobiatze! Wir sind hier mit all unseren internationalen Gästen. Wir haben eine gute Zeit, gute Essen und ihr habt einen Freund. Und ich habe einen Freund. Aber ich kann nicht vergessen, Miguel. Nein, das ist so richtig. Girl? Ich weiß nicht, was ihr Name ist. Ich bin nicht Girl. Miguel? Ich weiß nicht, was ihr Name ist. Ich weiß nicht, was ihr Name ist. Ich weiß nicht, was ihr Name ist. Es ist okay? Was ihr denkt? Ist das okay? Wie ist es? Ich bin Iris. Ich bin Baris. Ich bin Baris. Wir sind hier in Italien. Wir sind hier in Sorento. Wir sind hier mit Marco und der Gruppe. Wir wünschen uns einen guten Abend. Wir wünschen uns die Leute, die Leute, die hierin zu machen. Wir wünschen uns ein paar Tage oder die Nacht, die ihr in Casale Antonietta. Wir wünschen uns die Zeit. Wir wünschen uns die USA. Wir wünschen uns aus den USA. Wir haben gerade geteilt. Wir haben gerade geteilt. Wir sind hier in Sorento. Mit Marco. Geht in hier, Marco. Und alle haben gut gemacht. So far, die Essen ist gut. Und wir sind hier mit... Wir haben gerade alle kennenzulernen heute. So, danke. Es hat gut gemacht. Hier ist. Wir wünschen uns es sich. Wir wünschen uns vorbei. Und die Maradona ist das Glorius hierin. Wir wünschen uns sehr great. Wir wünschen uns immer die Wagen und tąst du das Spot. Wir wünschen uns sensations. Wir wünschen uns, wie saniert uns die heute Tag线 von Europa. Wir wünschen uns auf Weitern . Wir wünschen uns centers, wie das Lets vid Hi halo. Und für ein Italien, bela, bela, bela. Es gibt eine große Liebe zwischen einem Argentinien und einem Italiener. Vielen Dank.